Wenn ich mir zwei Wünsche gleichzeitig erfüllen könnte, würde ich mir eine Tasche in der Outlet City Metzing kaufen und von dem Ersparten würde ich direkt auf die Fashion Week nach Colise fliegen. In Metzingen ist die Auswahl an Anzügen wirklich riesig und die Beratung ist top. Oh, ich bin so beeindruckt. Ich habe hier so viel Geld verdient. Ich kann weg und arbeiten auf meinen nächsten Projekten. Eine filigrane, schöne Umgebung eigentlich zum Shoppen. Ich fokussiere mich auf Barschen und Schäden. Die zwei Sachen, die ich nicht sagen kann. Ich komme immer wieder gerne hierher. So viel Exklusivität und Vielfalt in einer Stadt. Man kann shoppen und shoppen und shoppen. Hallo. 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 Hey. Hallo. Hallo. Hallo, mein Name ist... Untertitelung des ZDF, 2020